Willkommen, schön, dass du da bist. Keen Games hat ja in seinem Trailer zu den neuen Hollow Halls gesagt, dass die für Koop ausgelegt sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was müssen wir tun oder beachten, damit wir auch als Singleplayer durch die Hollow Halls halbwegs gut durchkommen. Das und einige andere wichtige Hinweise möchte ich heute hier mit diesem Video für euch beantworten. Erstens mal spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Du solltest unbedingt komplett ausgeruht in eine Hollow Hall reingehen, weil es doch recht lange dauern kann, bis man eine Hall komplett durch hat. Ich kann jetzt mal meine Zahlen euch sagen. Ich habe für die erste Halle wahrscheinlich so ungefähr eine Stunde gebraucht und bei der zweiten zwei und bei der dritten drei Stunden. Das sind jetzt so ungefähre Werte und das sind jetzt die Werte, die ich hatte, als ich das erste Mal reingegangen bin. Sicherlich ist es so, dass es schneller geht, wenn du dich schon auskennst, wenn du schon weißt, was auf dich zukommt und so weiter. Aber dieser Zeitfaktor bedeutet auch, dass wir uns ausreichend Essen mitnehmen, ausreichend Tränke mitnehmen, denn wir werden zum Beispiel, ja je nachdem, wie gut du schon dein Komfort gelevelt hast, irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir eben einfach keine Ausdauer mehr haben. Jetzt wäre es vielleicht eine Option, sich unterwegs mal ein Lagerfeuer zu bauen und sich da mal auszurühren, aber das bringt natürlich auch nicht so viel. Aber das könnte eine Option sein. Bring auf jeden Fall deine besten Waffen mit. Gut, davon muss man eigentlich sowieso ausgehen, aber ich habe mir zum Beispiel auch immer nochmal so ein, zwei Ersatz Waffen mitgenommen, was sich ab und zu doch mal als recht hilfreich herausgestellt hat. Es gibt zwar immer in regelmäßigen Abständen die Option, dass du reparieren kannst deine Waffen, aber es hat bei mir eben auch Situationen gegeben, wo ich dann meine Ersatz Waffe auch schon mal genommen habe. Sofern du noch keine Waffe hast, die Licht spendet, solltest du dir auf jeden Fall diese Glühwürmchen Tränke mitnehmen, damit du in bestimmten Situationen die Möglichkeit hast, dir etwas Licht zu machen. Wenn es zum Kampf kommt, kommen teilweise wirklich, wirklich viele Gegner auf dich zu und ich kann empfehlen, zu versuchen zuerst die Bosse auszuschalten, also zum Beispiel die mit den roten Sensen, weil die wiederum andere Kreaturen rein spawnen, die dir das Leben schwer machen. Und wenn gar zu viele auf dich zukommen, macht es absolut Sinn, dass du mal ein bisschen zurückgehst in der Hoffnung, dass dann einige deiner Angreifer ihre Agro verlieren. Und wenn die die Agro verloren haben, dann kannst du natürlich entsprechend versuchen, sie einzeln oder in kleineren Gruppen wieder zu dir heranzulocken. Diese Methode hat mir sicherlich mehr als einmal das Leben gerettet. Ab dem zweiten Dungeon kommen dann Spawner dazu und versuch diese Spawner auszuschalten, bevor du dich dann in diesen Bereich begibst, so gut wie möglich. Oder wenn du so wie ich eher ein Nahkämpfer bist, dann habe ich so gemacht, ich habe die erste Welle der Gegner, die aus dem Spawner gekommen sind, weggelockt, bin schnell zurückgeflogen und habe den Spawnpunkt dann kaputt gemacht. Aber das geht natürlich genauso auch mit Pfeilen, wenn man also irgendwo die Möglichkeit hat, aus der Ferne auf diesen Spawnpunkt zu schießen, habe ich Pfeil und Bogen benutzt. Du kannst natürlich genauso gut auch deine magischen Zauber benutzen. In den Hallen findest du einerseits diese Knochenberge, wo es das Ektoplasma gibt. Ich würde dir empfehlen, das gleich abzuernten, wobei man braucht so viel von dem Ektoplasma für die verschiedenen Dinge, wie zum Beispiel die Schlüssel für die zweite bis vierte Hollow Hall, in die du rein musst. Dass es auf jeden Fall Sinn macht, all diese kleinen Überreste, also nicht nur die Knochen, sondern eben mit Knochen und Stoff ist da meistens drin und eben Ektoplasma, bitte alle einzusammeln. Und dann eben auch das Ektoplasma in diesen Knochenbergen abzubauen. Also ich habe mir mittlerweile vor der ersten Hollow Hall einen Flammenaltar aufgebaut, dass ich da ganz schnell hinspornen kann, um neues Ektoplasma mir zu organisieren. Das zweite ist hier dieser grüne Schleim. Den wirst du auch benötigen. Könnte ein kleiner Spoiler sein, aber den brauchst du auf jeden Fall auch für die verschiedenen Sachen, die du mit deinem neuen NPC herstellen kannst. Einige der Gegner in den Hollow Halls droppen Geisterbomben. Und meiner Erfahrung nach sind diese Geisterbomben extrem wichtig, gerade für uns Einzelkämpfer. Wenn wir auf jeden Fall, wenn wir zu den Endbossen kommen, weil diese Geisterbomben den Endgegner ziemlich gut beschäftigen, wenn man ausreichend davon geworfen hat. Und das macht das Leben extrem viel einfacher. Diese Bosse sind so stark, dass sie im Prinzip mit, also in meinem Fall jetzt, ich bin Level 25 und ganz gut ausgerüstet schon. Also ich sag mal, mit zwei Hits, die mich erwischen, macht mich so ein Endgegner schon platt. Was King Game sich ziemlich gut ausgedacht hat, sind die neuen Waffen, die du bekommst. Das sind eben einerseits diese Geisterbomben. Da haben wir einmal das Schädelbeschwörungsgefäß, das du gleich schon auch in der ersten Halle einsammeln kannst. Dann ab der zweiten Halle kannst du den Nekromantenschädel oder kannst du das Nekromantenschädelbeschwörungsgefäß einsammeln. Du bekommst Knochenpfeile, die gibt es auch in zwei unterschiedlichen Stufen. Ich muss allerdings sagen, gut, ich bin jetzt überhaupt kein Pfeil- und Bogenkämpfer, aber ich hatte das Gefühl, die bringen nicht so viel. Also ich habe sie versucht einzusetzen, als mir irgendwann gegen einen Endboss die anderen Materialien mehr oder weniger ausgegangen sind. Aber ich habe da nicht viel Wirkung gesehen, ehrlich gesagt. Aber das kann jemand, der mit Pfeil und Bogen kämpft und das auch geskillt hat, sicher besser beurteilen. Dann haben wir den Knochenstrom, auch den gibt es in verschiedenen Stufen. Dieser Knochenstrom, der produziert eben ganz viele kleine Knochenstöße, die sich gegen die großen Gegnermassen, die teilweise auf uns zukommen, für mich sehr hilfreich gezeigt haben. Also damit kann man doch eine ganze Menge schon an Gegnern ausschalten. Um die Tore zu öffnen oder um viele der Tore zu öffnen, musst du so grüne Punkte einsammeln, die dann, wenn du alle eingesammelt hast, letztlich dafür sorgen, dass du durch das nächste Tor gehen kannst, dass das nicht mehr gesperrt ist. Es gibt jetzt einige Hallen, wo du diese grünen Punkte einsammeln musst und da musst du sehr viel fliegen, um eben zu diesen Punkten zu gelangen. Oder du musst dich bei irgendwelchen Türmen hin und her bewegen und suchen. Also ich habe teilweise relativ lange gebraucht, um alle zu finden. Die sind manchmal auch in einer Höhle versteckt zum Beispiel. Oder ja, du musst irgendwo sehr weit nach oben, musst dich irgendwo hin beamen. Es sind aber auch einige dieser grünen Schlüssel zu bekommen, indem man entsprechend Gegner tötet. Also spezielle Gegner, wenn man die getötet hat, öffnen die dann die nächste Tür. Und ein letzter Hinweis noch, versuch alle Gänge immer zu erkunden in so einem Dungeon. Denn häufig führen die diese Gänge dann in Bereiche, wo es spezielle Truhen gibt, die besonders gute Sachen enthalten und ähnliches. So, ich hoffe, da waren jetzt ein paar wichtige Hinweise für die Erkundung der Hollow Halls für dich dabei. Wenn ja, dann lass doch ein Abo oder ein Like da. Eine Übersicht über verschiedene zusätzliche Informationen zum neuen Update findest du im Video, das ich hier jetzt verlinkt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Tschau.